ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight ja wir haben ja unsere daily shop videos hier am start ja und dann lass uns doch einfach mal die dinge angucken was heute drin ist zum einen ist heute wir fangen mal immer links an hier ist heute der panda team leader drinnen genauso wie gestern ein skin den ich überhaupt nicht feier wie es bei dir gleich also ganz ehrlich wenn ich das ding da sehe es schielt es hat eine herzchen nase ich frage mich überhaupt warum hat das auf am linken bein eine schutzschiene den bambus schleppt schon rum braucht man den anzulocken damit funktioniert auch nicht das einzige was damit machen kannst ist es töten suchen und töten es ist so hässlich es ist so abgrundtief hässlich es ist eine ohr abgebissen guckte mal guckte was eine ohr das linke ohr ist abgebissen oder sehe ich das falsch also wenn ich das vieh sehe will ich es einfach nur ich meine okay nur das töten alles andere drumherum stehen lassen ich würde nur dieses panda vieh töten schlimm jetzt kommen wir zu den extras und zwar wir hier einmal den flying fish drin ein flying fish den sushi master der sollte man ein bisschen abnehmen und die filet axe mit der man sushi essen kann ja dann kommen wir bei der sushi sushi meister sieht eigentlich ganz cool aus oder nicht da kommt man jetzt zur linken ja links und rechts jetzt kommen wir zur rechten seite und zwar haben wir hier die belle pastilles drin machen immer noch keinen sinn leute würde ich ehrlich gesagt nicht kaufen und werden wir machen wieso heißt denn das ding überhaupt fliegender fisch weil es ein nuklearzeichen drauf hat das nuklearzeichen ist von japan dann die sind nicht egal dann kommen wir zu fortune ist ein weiblicher skin sie geht also ist okay sag ich jetzt mal das gehen kann man sich kaufen ganz cool aber nicht totenkopf kappe ja das ist noch bei der toten kann haben wir hier die victor lab take it for spin ist lenkrad mit flügeln und ein smiley auf der hupe ja nun kommen wir zu dem heutigen highlight let's go und champion steht auch während der mode musst du da ist es sein ja weil sie trotzdem das ist jetzt nicht wahr oder der hemmert doch nicht jetzt wirklich auf dem lama jetzt mal ohne scheiß wann willst du denn diesen skill diesen diesen mode einsetzen wenn du direkt neben lava stehst dann machst du bing bing ich weiß nicht vielleicht kommt ich bin sogar den skin er sieht auch cool aus irgendwo ne kostet vor allem nur zu 1.200 ne gut weil geht's den weinen im mode den hab ich mir auf jeden fall gekauft ich auch dass man es wurde kann leute ja immer wenn daher sofort mich einfach nur total in den wahnsinn treibt dann mache ich den da und dann heul ich und heule und heule also wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über liken da freuen bis auf und ciao